Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Ox Must Die Folge 19 mit den Treppen des Todes Mir ist aufgefallen, es gibt eigentlich nur zwei Türen Was an sich irgendwie ein bisschen geil ist Was ist das denn da? Oh, da ist dieser Frost Ogre Nur Runner, keine Flieger Das heißt zwei Türen Ähm...Numera Uno Barricados Heroes Ja, also eins, zwei, drei Drei Barrikaden kommen hier hin Dann haben wir noch eine Treppe, die nach oben kommen können Und z.B. Dingern Wahrscheinlich laufen die dann da rum Was ist das denn da? Wo kommen wir denn da hin? Hatte ich so ein Tor? Ah, da habe ich ein Tor Ja...Ich glaube hier auf der Map sind ein paar Bogenschützen ganz nett Drei Urwehrkeulen, also ok Man kann jemanden runterschubsen im Zweifel Und wir haben die Ogre Upsa Also gegen die Ogre Runterschubsen ist auch mal eine coole Sache Ähm, was ist das denn jetzt? Bekehrt Gegner Die auf sie treten Die nehmen wir natürlich auch mit Aber bevor wir die mitnehmen Sauggegner ein Die zu nahe kommen Läuft zu lange, bis er sich verklemmt Das habe ich in der letzten Folge irgendwie nicht verstanden Irgendwann hat das Ding nicht ganz funktioniert, oder? Ok, der Gang ist ja so zu breit Also hier kommt Pfeil Äh, die Pfeilwand kommt hier Zum Einsatz Das Urwehr kommt zum Einsatz Das kommt zum Einsatz Die Bogenschützen kommt zum Einsatz Die Sporn kommt zum Einsatz Und die Barrikaden kommt zum Einsatz Und wir werden auch dieses Mal nochmal auf Fallgegen Ja, genau wie nennt es Ja, genau wie nennt es Gestellt und erledigt Ja, ich bin ganz ehrlich Also wenn die sich irgendwo auf die Gegner äh, sich gegen sich auf die Fresse hauen Vielleicht ist das schon, äh, ich sag mal amüsant Hm Wie machen wir das denn jetzt? Womit fangen wir denn am besten an? Ja, so ein paar Ja, das bleibt nicht gut Sooo Sieht gut aus Ja, das finde ich nicht gut Ich dachte ich hätte schon gerne ein paar Bogenschutze noch dabei Ich diene dem Orden Ich diene dem Orden Mein Bogen ist euer Nenkt mir ein Ziel Ich diene dem Orden Sooo, und dann machen wir gleich noch die Kampfilze Sie brechen durch! Okay, die Frenschreißig geschafft Jetzt probal ich aber noch Eine Barrikade wurde zerstört Moment, wieso wird die Barrikade zerstört? Jetzt bin ich dabei dick am Sack What the fuck Wieso sind die Barrikaden denn zerstört? Das wird Spuren hinterlassen Klassisch! Ich muss nicht rein! Ich muss hier rein! Was ist denn wirklich? Hat das jetzt auch mal geklappt? Warum? Okay, ganz ehrlich, das hat meine Zeit jetzt immer ein bisschen bei den Hockey geschmissen, wenn ich ehrlich bin. Jetzt habe ich ein Problem, wenn ich eine Kondagina habe. Oh, fuck. Okay, ich bin ganz ehrlich, das war richtig, richtig, richtig schlecht. Das heißt, ich habe jetzt schon ein Vermögen ausgegeben, für diese scheiß Barrikaden, die überhaupt nichts bringen. Ja, fuck. Ihr werdet zurückkommen. Tja, hm. Mhm, 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 okay. Ich meine, ich habe zwar jetzt 6000, aber irgendwie... Unter der Voraussetzung brauche ich glaube ich noch ein paar Bogenschützen. Hier oben. Auf der Seite. Versuchen wir mal, das Level kurz zu drehen. Nennt mir eins, ich diene dem Orden. Entschlossen, das gefällt mir. Ich diene dem Orden. So, das wiederum bedeutet... Ah, fuck. Das heißt, ich hätte hier eigentlich auch mit... ...mit... ...mit Dingens spielen müssen. Äh, mit Terfall. Habe ich jetzt aber nicht. Na gut, mal gucken mal. Oh, super! Deine Mutter lässt dich rein. Ach, fick dich doch. Das wird klasse. Okay, mach mir erst den. Wie Baldrian, aber für Orcs. Wie Baldrian, aber für Orcs. Ich will nicht sagen, aber habt ihr einen Arsch? Oh Gott. Boah, er lebt mich doch an den Nüsse. Ich glaube, das da unten ist schon mal eine geile Sache. Das werden wir hier auch noch machen. Boah, leck ich mir an den Nüsse. Mein Bogen ist euer. Nennt mir eine Richtung. Cool. Ein Stapel. Nennt mir eine Richtung. Ja, wir nehmen gleich lieber auf beiden Seiten jeweils zwei so Uhrwerke. Den mittleren nehmen wir mal raus. Sooo. Nix schei. Wir sind kein Problem. Wir sind nie ein Problem. Wir sind nie ein Problem. Ich glaube eigentlich. Nein, Geld. Cool. Wir sind ein Problem. Ah Durchbohren und schneidende Effekte Ihr wisst am besten was ihr wollt Was finde ich So Eine Sekunde, irgendwie hat das gerade mega geruckelt Jetzt scheint es wieder etwas zu gern Okay, an dieser Stelle haben wir ganz kurz einen Aufnahmstab, irgendwas ruckelt gerade So, da sind wir wieder, weiter geht's So 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 Schatz So macht man das Mein Gott Ich bin so klug und gut aussehend Sieht gut aus Und armlos What the fuck So es hat BOOM gemacht Ich habe irgendwie auch damit gerechnet So Jetzt füllen wir ganz kurz hier noch So Und da Hier Okay Und die letzten beiden Runden Go Okay Die sollten jetzt wohl Das läuft Oh das war schon Okay Das heißt die Ich diene dem Orden Ich diene dem Orden Okay Okay Ich kann ihn nicht so gut Wie fit ist das bitte? Wie fit ist das bitte? Ich diene dem Orden Nennt mir eins zu dienen Mein Bogen ist euer Cool Okay Die letzte Welle war jetzt doch irgendwie Boah ja komm Ich knüppelding Nice nice Immer in drei Schädel Nice 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 Mhm Eine Münzpresse Das Finale Okay Ohne die Spalte gäbe es keine Magie mehr Auf beiden Seiten Wussten die Magier des Ordens das? Höchstwahrscheinlich Ja und diesen äh Wieder mit poetischen Worten Verabschiede ich mich Bis zum nächsten Mal Tschüss